...damit die Truppen rein können. Ja, jetzt könnte ich theoretisch die östliche Garnison komplett platt machen lassen von meinen Verbündeten, aber ich will erstmal die westliche Garnison platt haben. Verstanden! Erobert das Ziel! Unsere Truppen werden angegriffen! Ist das euer Ernst? Ei! Auf euren Befehl! In den Kampf! Eine Militäreinheit wurde geschlagen! Auf euren Befehl! Ei! Wie ihr wünscht! Angriff! Wir werden angegriffen! Auf euren Befehl! Jawohl! Sofort! Auf euren Befehl! Alles klar! Ei! Ihr lasst die Garnison jetzt los! Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Wie viele Truppen fehlen mir jetzt noch? Was fehlt mir alles? Geweils ein Trupp! Sofort! Schon unterwegs! Alles klar! Sollte ich dann aber langsam angreifen? Na genau! Es kommen wieder neue Truppen! Und er bildet neue Truppen hier unten aus! Und sowieso! Zum Angriff! Verstanden! Hinauf! Und hinüber! Auf euren Befehl! Alles klar! Und damit euch... Sofort! ...wacht das Tor auf! Ei! 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 Was läuft noch falsch mit euch allen? Sofort! Verstanden! Was läuft vor allem falsch mit dir? Äh... Rein da mit euch! Ei! Sofort! Bitte noch ein bisschen Jahrhundert! Schon unterwegs! Ei! Zum Angriff! Jawohl! Vorwärts! In den Kampf! Ich habe Fackel für euch! Alles klar! So, und jetzt bitte einnehmen! Wir haben ein Territorium eingenommen! Danke! Verstanden! Ah, das ist so schwierig! Wie ihr wünscht! Alles klar! Gut! Wir freuen wir jetzt den Typen hier... Schon unterwegs! Haben schon wieder Soldaten unter... ...Schuss? Jawohl! Was fehlt uns denn? Hauptsächlich Schwertkämpfer. Schon unterwegs! Eisen sollte es allerdings nicht ausgehen. Der Himmel ist mit uns. Der Bischof lebt noch. Er wird unsere Soldaten segnen, um ihre Moral zu heben. Verstanden! Glaubt ihr wirklich, ihr könntet mich besiegen? Ich werde eure erbärmliche Siedlung in den Staub treten. Das heißt, wir geben jetzt mal den Angriff... Unsere Trebuchets greifen die östliche Garnison an. Ein Sieg dort würde uns einen großen Vorteil verschaffen. Unsere Verbündeten haben den Hafen erreicht und greifen die östliche Garnison an. Es wird Zeit, sie endgültig zu vernichten. Ich werde angegriffen! Ach du, Wölfe! Alles klar! Ach ja, und ich hab die Räuber vergessen gehabt. Die da rumhausen... Schon unterwegs! Die da rumhausen... der feind rückt gegen unsere palisaden vor macht das auch ein gebäude steht in flammen alles klar unsere palisaden wurden durchbrochen genau zieht wieder ab oder auch nicht ein steinbruch ist erschöpft jetzt ist der steinbruch erschöpft meinetwegen das ist jetzt noch nerviger ist ein toller angriffstrupp da drüben übrigens wie ihr wünscht ach sie ziehen sich doch jetzt doch wieder zurück auch gut unsere truppen werden angegriffen kämpft weiter vorwärts stürmt los es gibt kein zurück unterwegs auf euren befehl aber jetzt greifen sie doch die garnison an wir werden angegriffen sofort eine unserer einheiten wurde aufgerieben baumeister sind da zurück sehr schön hab dank für diesen titel die siedler werden es mit freude vernehmen ok jetzt müssen wir wieder ein paar minuten warten bevor wir das ding wieder kaputt machen und einmarschieren können so markt jetzt nehmen wir da ein hier sehen unsere vorräte aus soweit ganz gut ich kann mal ein bisschen die stimmung erhöhen indem ich für ein großes theater sorg und für mehr frauen einsacken und abmarsch auf euren befehl ein Ja, wenn es so weiter geht, brauche ich eine zweite Schwertschmiede. Oh, ne, im Balken, Milch, da ist ja auch noch was gewesen. Wir haben jetzt sehr viel Milch. Also, Käse rein. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Jo. So, den wird sich jetzt gekümmert. Oh, ne Ruine. Auf euren Befehl. Sofort. Stürmt los. Den Wolf loswerden noch. Alles klar. Alles klar. Ach so, ihr seid Hirsch. Ich dachte jetzt schon. So, nochmal sieben mehr Frauen. Käsereien ausbauen. Und ja, wir sollten noch eine zweite Schwertschmiede errichten, da wir eh genug Eisen produzieren. Und ich einfach gerade im Mangel auch an Schwertchen verlaufen. So, Geld. Weiter. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir können auch ein Teil unserer Fische verkaufen. Ein Karren wurde ausgesandt. Und ein Großteil unseres Holzes. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Käsereien. Ja, und wenn wir es jetzt so wollen, können wir aus Holz... ...Bänke herstellen. Und auch uns einen... ...Kerzenmacher leisten. Oder wir brauchen mehr Bienenstöcke. Vielleicht. So. Klamotten sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ei! Alles klar! Ja, dann müssen wir das Umland von Rosatoris noch einnehmen. Oh, die ganzen Munitionskarren. Schnappt euch den Karren! Einsacken und Abmarsch! Erobert das Ziel! Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein! Wie ihr wünscht! Wir haben vergessen, Markus zu sagen. Er soll das Gebiet erobern. Jawohl! Nehmt alles mit! Nehmt alles mit! Nehmt alles mit! Nehmt alles mit!